Ich zeige euch heute die Shuffle Circularity Pans Loop, was so besonders ist an ihr und was dann im Recyclingprozess aus ihr wird. Die Shuffle Circularity Pans Loop ist ein sogenanntes Mono-Component-Produkt. Das heißt, alles an ihr ist aus einem Material. Die Nähte, der Garn, die Innentaschen, sogar die Zähne im Reißverschluss sind alle aus Polyester, der Oberstoff zum Beispiel aus 75% recyceltem Polyester und das nennen wir dann eine Mono-Component-Hose oder ein Mono-Component-Produkt. Wenn diese Hose ihr Leben gelebt hat, das heißt, sie wurde repariert, wiederverwendet und ist aber jetzt am Ende angekommen, dann kommt die zu uns zurück und wir recyceln die und wir müssen vorher lediglich drei dieser Langhalsschieber aus dem Reißverschlüssen rausnehmen. Der Rest ist 100% Polyester und kann recycelt werden. Und zum Recyceln kommen wir als nächstes, das zeige ich euch in diesen drei Knopfhoff-Bechern, was da raus wird. Der erste Schritt ist, wir schreddern das Ganze und dann kommt ein sogenannter Shredder-Fluff raus. Das machen bisher alle und machen daraus dann den Malervlies. Unser Partner Revoltex hat ein Verfahren entwickelt, um daraus eben was Neues zu machen oder den Kreislauf eben zu schließen. Das heißt, die haben ein chemisches Verfahren, wo sie Chemikalien zugeben und am Schluss wieder entfernen und als Ergebnis haben wir sogenannte Tereftalsäure. Und Tereftalsäure, wusste ich auch nicht, ist aber die Basis, um daraus wieder PET-Granulat zu machen. Dieses PET-Granulat nehmen dann unsere Partner her, machen daraus einen Garn, die machen daraus wieder einen Stoff und aus diesem Stoff können wir wieder eine Monocomponent-Hose bauen und somit ist der perfekte Kreislauf sichergestellt im Sinne der Kreislaufwirtschaft.